Die nächste Stage steht an und wir überqueren den See. Auf der anderen Seite befindet sich dann die Insel, in der es dann geht. Wo halt der mysteriöse Nebel mündet. Wow. Ah, schön. Ah, fieses Teil. Und falls es euch schon aufgefallen ist, ich zock auf Normal. Ja, ich zock auf Normal. Und warum? Ganz einfach. Weil das hier so eine Sache ist. Weil wenn ich auf Easy zocken würde, dann käme ich nicht bis zum Final Boss. Also nach dem fünften Boss wäre Schluss. Und den Final Boss wollte ich euch nicht entgehen lassen. So einfach ist das. So. Diosei, unser Mitboss. Die ist aber gleich eh weg. Du stirbst jetzt. Du sollst sterben, verdammt. Sehr gut. Oh nein. Möwen. Meint, meint, meint. Meint, meint, meint. Ja, ich hab euch euer Essen geklaut. Tut mir leid. Ich bin halt mal Risser die Diebe. Kann man nichts daran ändern. Auf diese Dinger muss man aufpassen. Die sind gemeingefährlich. Die sind einfach nur gemeingefährlich. Wow. Na na na. Du du du. Mudada. Oh, Full Power im letzten Moment. Geile Sache. Okay. Und hier kommt... Zino! Barker Girl! Hi Barker, wie geht's dir? Was für ein Barker Kind. Tut mir leid. Ich muss Zino einfach verarschen. Icicle Call. Das war jetzt riskant. Tut mir leid. Ich hab zittrige Hände jetzt. Liegt wohl daran, weil ich jetzt gerade Zehnerabschluss geschafft habe. Hahahaha. Ich habe jetzt Sommerferien. Und beim nächsten Mal geht's in die Oberstufe. Yay. Ich befreu mich so. Ich freu mich so, dass ich's geschafft habe. Ach Zino, mach mit. Lass mich dich treffen, Barker. Barker Kind. Auf Pussy zu spielen. Oh Kind. Wieder ab. Geht doch. Freeze Sign. Perfect Freeze. Ah! Hier ist das... Hier ist... Hier auf diesem Schwierigkeit gerade ist... Das Ding voll scheiße. Wenn ihr mich... Ah! Tut mir leid. Zittrige Hände. Das kommt halt davon, wenn man... Dingsbums... Live zockt. Weil... Ja. Ja. Du wisst schon, was ich meine. Snow Sign. Diamond Blizzard. Puh! Kann ich noch lesen. Auch wenn ich jetzt aufpassen muss. Ich kann's noch lesen. Boah! Bin ich gut. Boah! Hier kurz. Mama. Das Ding ist noch recht einfach. Jawoll! Ich hab's nur noch gesiegt. Geht doch. Auch wenn ich zwei Bomben verschwinden musste. Aber naja. Zittrige Hände. Anders geht's bei mir nicht. Ich bin zu blöd für den sechsten Teil. Naja. Gleich geht's weiter. Next Stage. Gleich geht's.